Wir machen heute das Lustigste-Scare-Race gegen Möckern. Dabei werden wir uns gegenseitig extrem doll trollen. Ich hab auch wieder die Raygun ausgepackt. Schaut auf jeden Fall bis zum Ende um zu erfahren, wer heute gewinnen wird. Lasst ein Like und ein Abo da, los geht's. Hey, aus dem Weg geht's hier mit dir. Ohne Spaß. Also heute wird's ein bisschen schwieriger, äh, Möckern, denn... Hey, guck mal, guck mal, nein, 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 nein. Warum kann ich dir den Reifen kaputt schießen? Warum geht das nicht? Warte. Oh, 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 oh. Das war außersehen. Das war außersehen. Ja, das ist, äh, ah, da bist du schon wieder. Hast du mal auf meine Leiche geschlossen? Nein, nein, nein. Alles gut ins Wort. Hast du Platten, hast du Platten, Digga? Ja. Okay, au rein, ich bin jetzt hier mit, ich bin der beste Go-Kart. Ey, ich seh das doch. Ich seh das. Ja, da hat den Stress. Oh nein, ich hab die nicht mit. Ich bin auch, sie sind ausgestiegen. Oh mein Gott. Okay, okay, warte. Das war, äh, kein Problem, dass du ausgestiegen bist. Ja. Oh mein Gott, das wär krass gewesen. Ja, dann. Okay. Ey, ey. Was denn? Nix, nix, nix. Oh mein Gott, der geliebt der Headshot. Was? So. Okay, aber jetzt ist halt erst der Parcours am Start. Guck ihn dir mal an. Der sieht doch unnormal aus, Alter. Geisteskopf. Hä? Hä? Ich bin da rumgeflogen, Bro. Alter, ich bin dann auch gehüpft. Los. Da war irgendein Hüpfding oder sowas. Tja, und ich bin dann an deiner Mine vorbeigeflogen, ne? Ja, ich hab's gesehen. Er hat drüber gesprungen. Backflip. Alter, was ist das für ein krasser Parcours? Ich mach'n Frontflip. Ich mach'n Frontflip. Oh nein, 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 nein. Vorsicht dich, vorsicht dich. Ja. Und Checkpoint. Ich bin nicht draufgeleid. Ich bin nicht draufgeleid. Oh, das wird mich ja jetzt belasten, Brudi. Ja, mach das doch. Okay, dann komm ruhig hierhin geflogen, ne? Es erwarte dich eine ganz, ganz kleine Überraschung. Ja, das war kein Problem für mich. Alter, was? Ich bin schon wieder gesprungen. Wie, du bist gesprungen? Ja, ich bin gesprungen hier hinten. Ja, da springen wir doch nicht bei dem Ding. Oh mein Gott, cringe. Okay. Okay, komm, ich bin bereit. Jo, ich fahre nochmal ganz kurz zurück, weil ich den ganzen Bus nicht weggenommen habe. Komme! Alter, ich seh' dich! Jo! Hä? Was? Warum fliegst du so weit? Oh nein, du fliegst nicht weit. Du fliegst nicht weit. Ah! Ja! Warum machst du? Ey, was machst du? Warum schießt du mich an? Hallo, geh weg! Ja! Dann geh irgendwie schummeln! Ja, okay, ja! Hä? Ja! Was? Ich warte da die ganze Zeit! Ruhig! Ey, was? Du bist in den Checkpoint erschwommen. Ich glaub's. Ja, zu früh gesetzt, ne? Oh, Kollege. Hä? 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 Kann das denn was raussteigen? Ich weiß, nein. Ich glaube, irgendwas muss man hier machen. Aber nur, was ist die Frage? Da steht man so nach unten gehen, ne? Oh mein Gott! Was denn? Ach, verdammt! Oh mein Gott, ich seh's. Ich weiß, was wir machen. Du hast es auch grad gesehen, ne? Oh, bist du schlecht! Du hast es doch gesehen grad, ne? Ich hab's auch grad gesehen. Oh, du hast es geschafft, oder was? Ich hab's geschafft, ja. Oh, schnell weg! Oh! Schnell weg! Hä? Wo bist du? Ja! Oh, Müllkern! Hä, du bist durchgespüntet! Oh, Müllkern! Ja? Oh, ich weiß ja gar nicht, was... Hä? Ah! Okay, okay, okay. Easy! Easy! Dann fahr ich hier mal ganz kurz weiter beim Go-Kart, Alter. Das ist echt nicht so einfach mit dem Ding, ne? Hä, wo bist du denn, Spon? Ich bin ganz vorsichtig mit dem Ding. So, ich, Müllkern, fahr jetzt wieder zurück. Ha! Das bringt dir doch gar nichts. Doch, ich fahr jetzt wieder zurück. Nein! Das bringt dir gar nichts. Bring mir schon, was? Was denn? Nein, schau dir doch von der Seite. Na, nix, halt. Hallo? Ey! Nix da! Ich hab das auch, ne? Wie? Wie? Ey, ich hab nicht... Ey! Das war knapp, bro. Guck mal, wir kennen uns schon so lang. Das bringt dir doch nichts. Okay, wenn du das sagst. Ja. Na, wenn du... Wenn du zu nahe kommst. Alter, das ist frech. Hä, warte mal, wir sind jetzt selbst abgesperrt? Schnell! Ey! Wichtig! Ey, ohne Spaß, Alter. Oh mein Gott. Ja, gut, okay. Ey, warum blinkt der denn so lange? Warum blinkt der denn so lange? Weil du ein Blink... Ähm. Ähm. Warum steckt meiner ab? Hä? Ja, ja. Okay, hau rein jetzt, ne? Ich fahr jetzt. Ich fahr jetzt ohne Probleme. Ja, guck. Tschüss! Ey, das Go-Kart, muss ich sagen, ist schon nicht schlecht, ne? Ja. Alter, Schöne. Go-Kart ist nicht schlecht. Wir haben gerade mal 2% an der Map gemacht. Ja, da kommt noch viel. Alter. Warum bist du so ruhig? Bro, ich mag es nicht, wenn du ruhig bist. Was machst du da? Ah! Machst du. Okay, easy peasy. Ich glaube, ich stoppe natürlich schon bei den nächsten Checkpoint, ne? Hallo? Ja? Was war das denn jetzt gerade? Wie, was war das denn? War ein bisschen frech, ne? Ey, was? Ey, ich hab das genau gesehen. Als würde ich dich nicht sehen, Jürger. Als würde ich dich nicht sehen. Ich bin so schlecht. Oh, Achtung. Oh, wow! Das war sogar richtig. Oh, Mann. Das war richtig, Jürger. Nein, dein 2%? Ich weiß nicht, ich weiß. Alter. Okay, warte. Wie ist das richtig? Das war richtig. Ey, ich drücke immer 4-Eck. 3-Eck. Ich steig immer ab vom PC. Ach, wie heißt das? Hä? Was machst du denn? Ich bin mir runtergefallen. Was? Was? Ich hab nichts vor. Das ist schon wieder runtergefallen. Ich hab nicht mal geradeaus sah. Ich hab nicht mal geradeaus sah. Okay, kein Problem. Hilfst du mir? Ja, ich helf dir. Kurs. Ey, was? Was? Ey, das ist einfach nur Schiebung, Alter. Ich glaub, mein Motor... Oh, nein. Bitte, guck mal. Warte, ich helf dir. Nein, nein. Hey, du hilfst mir echt. Ey, ich wollte nur helfen. Ah, nur gesehen, wie du reingefallen bist. Okay, okay. Okay, okay. Alter, also echt jetzt, ne? Das glaub ich ja jetzt nicht. Was? Aus dem Weg geht's, Kollege. Ich nehm dein. Hallo, hör auf. Geh vor meinem Go-Kart runter. Geh vor meinem Go-Kart runter. Tschüss. Absteigen. Oh, 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 oh. Absteig-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge-ge. Und man kann sich den Checkpoint hier nicht ercheaten. Den Cheatpoint? Guck mal, er nennt es sogar schon Cheatpoint. Was? Doch, konnte man. Wie? Oh. Ey. Oh, bitte. Oh. Bitte. Ja. Wie, du hast ihn, Alter. Ich glaub's ja nicht. So ein Glückspilz, ne? Okay. Hey. Das hab ich gehört. Das hab ich gehört. Das war knapp. Ja, war richtig genau. Das war sehr, sehr knapp dran. Das hab ich gehört. Mein Gott. Oh, mein Gott. Wow. Alter. Ja. Ich dachte, du auch kurz, tat ich ja Dingstar War Ride. Ich dachte auch kurz War Ride. Okay, dann. Go-Kind ist auf jeden Fall gerade schwimmen gegangen. Das stimmt. Und nochmal schwimmen gegangen. Ey. Du auch. Hahaha. Nein. So, ohne Checkpoints, ey, schwimmen. Du hast einmal geteatet, ich hab einmal geteatet. Wieso steig ich immer? Hey. Hä? Das ist meins. Hä? Das ist... Ey, ich glaub's ja nicht, Alter. Okay, ich darf mal deins. Ich darf mal deins. Alles gut? Ich hab deins, ja? Naja. Kein Problem. Ich bin auf dem Weg, ja? Ich bin auf dem Weg jetzt. Didi, didi, didi. Didi, didi. Wie? Alter, ich bin mitten im Bayblade bin ich runtergeheult. Ich hab mich so gedreht. Also, ich kann jetzt hier easy weiterfahren. Ich weiß nicht, wie's von dir aussieht. Aber, ich fahr halt mit meinem Go-Kart jetzt hier. Ganz entspannt. Ey, was war das denn gerade? Weil das ist... Ich hab meins kaputt gemacht vorhin und die gegeben. Digga, sowas hab ich ja noch nie gesehen. Der hat auf einmal einen Wheelie oder so gemacht. Der ist ja von dem... vom Dings runter. Hä? Ein Wheelie? Durchs Wasser, ja. Weil die Wellen gerade so hoch waren. Ey, das... Und also, das... Das war gerade diese andere Schiebung, alter. Wow! Oh mein Gott. Was? Als ob du da... Ist es... Du bist einfach der bessere GTA-Fahrer. Perfekt. Das war genau mein Ziel. Jetzt kann ich hier easy hochfahren. Guck mal, da ist... Ich seh das doch. Ja! Ja! Hättet Autos nicht mehr kaputtgegangen. Du! Ich bin da gegangen. Ich meine mein Auto. Ja, ja. Nur du bist da gegangen. Okay, jetzt hier. Vorsichtig jetzt hier weiter düsen hier. Ich bin mit meinem... Gokart immer noch am Start, ne? Wirklich? Ja, bin ich. Wow! Backflips! Oh! Ja, okay. Perfekt. Jetzt hab ich Hunger auf Flips bekommen. Oh, oh. Ach, ist das nicht schön. Gar kein Stress. Ist das nicht... Hä? Was machst du da unten? Ich dachte gerade schon. Ja, ich wollte baden. Ey, wo ist Spawn? Ja! Okay, okay. Dann machen wir jetzt mal ganz kurz ein bisschen Spaß. Ey. Nicht mit mir. Ich hab das gerade genau gesehen, ne? Als ob du die gleichen Ideen hast. Genau gesehen, Kollege. Aber warte, du machst ja einen Spaß. Bro, guck mal hoch, wie viel wir noch haben. Oha, oha. Ja. Und du willst irgendwelche Späts immer tun. Ja, okay, okay, okay. Komm ran hier, komm ran hier. Tu mal leid. Ich fahr entspannt hoch. Ich fahr entspannt hoch. Will man es da noch heute schaffen? Deswegen fahr ich entspannt hoch. Ah! Ja. Ah! Bitte. Bitte, ich hab ihn. Hast du denn gekommen? Ey, nein. Okay, okay. Es sieht so einfach zu witzig aus mit dem Go-Kart, ne? Hallo. Warte, warte. Ähm, ich, ich. Perfekt. Das war ja der perfekteste Move, den man jemals machen kann. Ich weiß auch nicht, heute ist der Wurm drin. Heute ist echt bei dir der Wurm. Also ich bin beim nächsten Tagband schon, ne? Mh, nein! Oh, ganz vorsichtig jetzt hier. Ganz vorsichtig hochfahren und fährt also langsam. Hä? 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 Ich komm nicht hoch. Ich komm ja auch nicht hoch. Warte, ich glaub, ich muss Anschwung holen oder sowas. Warte, ich hab mal ganz anschwungen. Och, nee. Ei, Digga. Nein. Nein. Du bist so ein Frechdachs. Ja. Uiihihi. Ey, nein. Ey, das ist echt, äh, nicht mit mir. Oh, no. Was? Guck mal, was willst du hier? Was willst du? Jau. Wui. Aua, voll viel Schaden. Ey. Ey, ach komm. Ich danke, dass du deinen Gurkappen meinst du in die Grenze, ne? Jo, genau. Tschüss. Okay, merk ich mir. Ich komm gleich. Ah, cooler, cooler Ballroll. Und Rollflip, Alter. Ich muss sagen, ne? Das macht, jau, ganz anspricht, checkt man das jetzt hier. Das macht schon gerade echt gut Laune, ne? Ja, vor allem. Ah. Pfff. Hey, warum trotst du mich jedes Mal? Ja. Ja. Komm schon, trau dich. Jo, jo. Ach, du warst da. Hey, ey. Spaß, Spaß, Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Junge, warum willst du mich kennen? Warum, warum, warum? Ne, ich will deine Reifenblatt schießen, aber irgendwie. Uiihihi. Das war falsch. Das war, glaube ich, ein bisschen zu schnell. Okay, dann müssen wir wohl ein bisschen vom Tempo runtergehen, oder? Nix da. Wow. Ja. Ey, bro, guck mal. Hä, wieso bist du so gut so ein Style? Ich bin ein Skillrace-Meister, ne? Skillrace-Meister. Oh mein Gott, den muss man richtig langsam fahren. Oh mein Gott, ich bin so ein... Ja. Hä, du auch? Ich bin auch runtergefallen. Oh, ich kann nicht... Alter, jetzt schab ich es nicht, oder was? Ey. Gönn ich dir. Gönn ich dir. Naja, das ist jetzt einfach nur unfair. Ich weiß nicht genau, was da oben liegt. Ja. Ach, Digga. Du weißt, auf die Pfeile und nicht daneben, ne? Was meinst du? Auf die Pfeile und nicht daneben. Okay, 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 ja. Merk ich. Nein, 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 nein. Oh, okay. Ich hab's. Alles entspannt. Alles ist cool. Alles. Was wirfst du denn da? Wie bitte? Was wirfst du denn da? Gar nichts. Bitte, 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 bitte. Oh. Ey, Mann, ich komm nicht einmal dazu, dich zu träumen, weil du viel besser bist. Oh. Ich seh doch genau, was du da... Boom. Ey. Ah, ich bin mitgekommen, leider. So wie die Billardkugel mit reingehen nach der Acht. Weißt du, ey. Nein, ich dachte gerade, ich schaff's kurz. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Und bin schon froh, so viel. Einfach lacker. Einfach lack. Okay, ich bin direkt hinter dir, ne? Alter, okay, hier dürfen wir uns nicht träumen, ne? Alter, was ist das denn? Wir sind zu viele Bedingens. True. Viel zu viel. Okay. Alter Schwede. Also, wenn man sich hier trollt, ist es, glaub ich, schon... Oh. Hast du ein Glück gehabt. Hast du ihn? Ja, natürlich. Oh, nein. Okay, hier musst du, glaub ich, links rumfahren, ne? Oha. Oh, rechts rum. Oh, nein, nein. Ey, ich hab einfach Windschatten von dir bekommen. Deswegen bist du so weggeflogen. Ja. Ich bin einfach runtergeflogen. Ich bin einfach runtergeflogen. Ich hab's auch runtergeflogen. Jetzt aber. Jetzt aber. Und? So? Wow. Egal. Egal. Ey. Nein, 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 nein. Vorsicht. Ja. Nein, 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 nein. Ja. Oh, ja. Hast du... Ja, ja, ja. Hä? 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 Du bist so ein kleiner Cheater. Du bist so ein kleiner Cheater. Warum cheaterst du uns jedermen? Ja. Warte mal, wo... Sorry, ich brauch dein Go-Kart. Es tut mir leid. Ey, ohne Spaß, ne? Mann! Ich weiß gar nicht, Mann. Wo bist du? Wo bin ich? Wie? Ey, warte mal. Ich hab... Warte mal, ist mein Go-Kart getunt und dein und deins nicht? Ey, meins ist getunt, oder nicht? Hä? Doch, stimmt, aber... Hahaha, ja. Ähm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier muss man richtig langsam fahren. Hahaha. Oh. Oh, 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 oh. Hahaha. Oh, 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 ja. Warum fährst du nahm, ja? Jiii, jiii, jiii. Hahaha. Ey, Hilfe! Was machst du jetzt? Hallo? Was? Warte, 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 ich helf dir. Ja, ey, Bro. Ich helf dir. Hahaha. Hä? Oh, oh. Oh, no. Ja. Ey, der war zu gut. Hä? Mein Go-Kart ist aus. Wo ich bin? Weil ich mir Neues geholt hab. Mein Go-Kart ist aus. Weil ich Neues hab. Hä? Mein Go-Kart geht nicht. Was ist das? Es ist aus. Nein, es war wirklich... Nee, du crash mich jetzt. Nee, du crash mich jetzt. Nein. Nein. Dornst du gerade echt in die... Ja! Ja! Woo-hoo-hoo-hoo! Ja! Ey! Hä? Wo bin ich? Ich seh nichts. Mann, ich helf dir. Oh, danke dir. Ja! Ey! Wie? Oh! Ja! Ey, oh Mann! So, ich bin wieder da. Keine Sorge, ne? Ey, wo wir sind. Keine Panik! Ey, Mann! Ich musste gerade meine Nase jucken. Ja, ja, ja. Warte, ich komm, ich bin jetzt am Start. Ähm. Ich seh nix. Ich seh nix. Wie du siehst nix. So ein Ding also. Nein, nein, nein. So ein Ding also. Wie lange sind wir hier schon? Na, okay. Du würdest mir jetzt gerne auf die Reifen schießen, aber ich glaube, es geht nicht. Ich glaube, die sind getunet, ne? Deine? Beide. Deine auch. Schutzsicher sind die. Deine nicht? Ähm. Ich wollte nur gucken, ob deine Schusssicher sind. Ah. Na klar. Deine sind auch schusssicher. Du bist so ein. Na klar. Und jetzt bin ich nicht vorne. Und jetzt fahr ich nochmal ganz kurz zurück, Mirkan. Guck mal, bitte nicht. Du weißt, wie lang das ist. So. Du weißt, wie lang. Ey, was? Ey, das kann doch nicht sein, dass du... Ey, das ist so ein... So. Tschüss. Das ist unglaublich, ne? Ich hätte gerade Windschatten von dir. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ja. Und mit Speed hier vorne den nächsten Checkpoint sich gönnen. Oh, mein Gott. Hier muss man wieder rechts rum, ne? So, hier kurz was drin versteckt. Wo bist du? Ich bin beim Checkpoint. Ey, ich komme. Oh, mein Gott. Mit der... Oh, Mann. Oh, Mann. Ey, das fühlt sich an wie Mario Kart. Das fühlt sich an wie Mario Kart, Alter. Ja, und bekommst du die ganze Zeit Rote. Ja. So. Bro, warte. Was bringt dir das? Verdammt, Mann. Oha. Was hattest du da jetzt gepackt? Was war das denn? Was war das denn? Warum bist du... Hä, warum ist das jetzt exzutiert? Nein. Warte, wenn ich bei dir... Nein. Lass das. Nein, ja, okay. Okay, mal entspannt. Okay, okay, du hast die Checkpoints. Okay, alles klar. Alles klärchen. Oh, der Bowlingball. Ich habe ihn runtergeworfen. Wie? Komm. Ey, Bro, bitte. Bitte. Oh, mein Gott. Ey, du gehst nicht vom Gas. Mario Kart. Er gewinnt das Rennen. Wo? Ey, nicht abschießen. Ich habe eine grüne. Ey, ich warte, ich bin... Oha, du fliegt, glaube ich, zu... Zu toll, ne? Ui. Nein. Ich glaube, du fliegt zu weit. Okay. Zack. Guck mal. Easy. Es gibt keinen zu weit. Oh, nein. Ey, das kann nicht sein, Leute. Ich bin einfach so ungeduldig, da abzuwarten, ne? Ja, das ist auch echt eklig. Also... Ja, ja, ja. Let's go. Ich sehe es. Ja. Okay, warte, ich muss einmal erst hoch. So, Leute. Easy peasy. Was war das denn? Ah! Das merke ich mir, Möckern. Alles klar, das habe ich auf der Merkliste. Ja. Ja. Yeah. Boom. Nein. Nein. Nein, ich will über den Shakepoint drüber. Weil ich doch mit der Pistole geschossen habe. Ey, ich glaube es. Nee, das kannst du dir nicht ausdenken. Oh, ist das gut. Das kann man... Nein. Ey, da hängen einfach meine Hinter- und Hinterbacken aus dem Gurka draus. Deine Hinterbacken? Ja. Alter. Ey, ich habe keinen richtigen Raketenwerfer. Ach, komm. Ey, ich bin zu ungeduldig. Mach doch. Ja, wenn ich das langsam mache, kommst du, du willst dich holen. Nein. Ach, Quatsch. Was bringt das mir? Weißt du, ich meine? Ach, komm. Ach, Mann, Leon. Das ist langsam. Okay, Leute. Das ist langsam. Langsam, aber sicher. Ich habe zum ersten Mal das Ziel gesehen, dass es hier grün ist, Alter. Langsam, aber sicher. Hallo. Oh mein Gott. Ey. Lass mich langsam, aber sicher. Ibi. Okay, 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 okay. Ich habe es geschafft. Okay, ich bin dauernd gegangen, aber ich habe den Checkpoint. Ja, das ist mir gerade so ein Checkpoint. So, hier, Leute, alles entspannt. Wee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Aber das ist ein Troll, das war eben gerade Spaß, ne? Ja. Spaß. Spiegel. Spiegel. Genau. Spaß. Spiegel. Komm schon. Komm schon rauf da. Wie? Als ob. Was geht hier ab? Was ist das für eine Map? Schrecklich. Schrecklich. Wo bist du? Alter, wie? Hast du runtergefallen? Ne, ich bin oben. Schau. Hä? Wo denn? Hä, wo bist du? Ich sehe dich. Hä? Wieso warst du so eine Kugzeit? Mann, ey, ich bin da, ich hing da fest. Ja, ich komme, ich komme. Ich bin auf dem Weg. Ich habe schon 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 auf dem Weg. Man braucht einfach nur ein bisschen Geduld. Ja. Oh mein Gott. Wirklich. Was war das denn, ey? Oh mein Gott. Vorsicht. Nicht. Oh. Ja. Ey, ich bin noch ein Schuss. Ich bin tot. Ach, komm. Aber ich habe zum Glück den Checkpoint bekommen. Ja, alles gut. Ja, und ich bin weg. Tschüss. Ja. Ciao. Aua. Oh. Oh. Ach, Digga. Ich dachte, da kann man überall überfahren. Und ich habe gedacht. Ah, hier ist zu Fuß Parcours. Nee, hier muss man runterdüsen. Guck mal. Ui. Und jetzt. Jawohl. Mach mal zu Fuß, Alter. Ich mache mir beim Go-Kart. Ich habe Inlineskales an. Nein, nein, nein. Das wird gar nicht gut, Leute. Oh, ich habe es gemeistert. Ja. Ciao, Mirkan. Ha, ha. So, jetzt hier wieder durch, Leute. Gar nichts. Ciao. Und wieder mit Speed. Einmal bitte, mit Speed. Hui. Ey, das Ding ist, man darf nicht überall Vollgas geben, ne? Ne, man muss, man nicht, man muss dann echt mit, äh, mit Gefühl arbeiten, habe ich so das Gefühl. Warte mal. Kann ich ja Warwite machen eigentlich? Oh mein Gott. Oh mein Gott, rückwärts. Vorwärts. Rückwärts. Seitwärts. Bro, hier, hier, hier nichts rollen. Bro, das ist voll schwer. Ey, bitte, bitte. Leon. Oh. Oh. Oh mein Gott, nein. Warum? Da bist aber du hingefahren, nicht ich. Da bin ich nicht hingefahren. Oh, das tut mir aber leid, Möckern. Ja, und du. Wie sauer sind wir? Gar nicht sauer, gar nicht. Oh. Was wählst du hier? Warum willst du wieder zurückfahren? Nee, einfach nur so. Einfach nur so. Einfach nur so. Das schwerste Hindernis und du kommst, du kommst mich trollen. Ja, okay, ich warte hier vorne. Du bist so ein Lügner. Ich seh dich doch, wie du fährst. Ich warte. Wirklich? Wirklich? Ja, ja, ich warte. Du hast irgendwo Minen gemacht, oder? Ehrlich? Los, komm, ich hab keine Minen gemacht, komm. Vertrau mir doch einfach. Ja. Weißt du, manchmal, da zeigt es, dass du wieder ein guter Freund bist. Vielen Dank. Kein Problem. Immer wieder gerne. Vielen Dank. So. Hä? Irgendwas hast du vor, oder? Ach, verdammt, Mann. Nein, ich weiß noch, was du treht gerade. Hast du mich gerade durchgelassen? Nein, hab ich nicht. Wie? Ach. Ja. Ich glaub's nicht, Alter. Okay, ich bin hinter dir jetzt. Ich bin hinter dir ganz nah. Kein Stress. Hallo. Das bremst du hier einfach. Wow, 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 wow. Ja, fast die Laterne, nicht noch gesaved. Tja, wärst du einfach mal geradeaus gefahren, wärst du immer noch Erster, ne? Ich wollte. Nur so nebenbei. Ich wollte dir helfen. So, Achtung, jetzt hier schön vorbei. Also, sind wir auf so'n Dinosaurier drauf, oder was ist das hier? Ha! Wenn man jetzt hier runterfällt, hier ist so lange kein... Was denn? Hast du auch nicht gefallen? Nein. Nein. What's up, Bro? hielt das bitte runter? Juhuuhu! Ey, das glaub ich jetzt nicht. So, hier. Wenn man hier runterfällt... Alter, was ist das denn hier? So, was ist da? Hier ist Lidl an das Ding, ne? Ja. Das ist voll schwer. Alter, wo ist der Checkpoint? Ja, ich weiß, das dauert. Das dauert noch richtig lange. Sooo... Ich hab ihn. Oh mein Gott. Okay, ich bin jetzt auch wieder auf dem grünen drauf. Endlich mal, Alter. Endlich hab ich's geschafft. So, jetzt das gelbe noch mitnehmen. Sorry, an der ekligsten... Digger! Digger! Ja! Einmal! Einmal! Was machst du da? Controller. Hast du alles kaputt gemacht? Controller kaputt. Nein! Was? Controller kaputt. Bro, was? Zum Glück hab ich einen Ersatz-Controller. Manometer, ich hab jetzt meinen Ersatz-Controller angeschlossen. Okay. Ey, dass du das grad gemacht hast, ne? Bro, du hast dich an der ekligsten Stelle auch... Das war grad die ekligste Stelle. Das, äh... Das werd ich dir nicht verzeihen. Das wird doch ein Nachspiel haben. Ob's jetzt heute sein wird, in den nächsten Folgen... Keine Ahnung. Ihr könnt mir über die Kommentare schreiben, was ich machen soll, Leute. Hau ab jetzt, ja? Hau ab! Hau ab! So! Checkpoint! Äh! Besser ist das! Ich glaub, da ist jemand wüten! Hau! Hab ja auch grad nicht meinen Controller kaputt gemacht! So! Hä? 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 Ach, lol! Acht! Acht? Sieben! Ach! Ach, Mann, ey! Ich bin direkt hinter dir, ne? Ey, diese Bowling-Controller... Der Controller fühlt sich ganz komisch an, muss ich sagen. Hast du den grad ausgepackt? Der... Der ist alt! Ey! Nein! Ja! Ich bin direkt hinter dir! Na links! Na rechts! Wuh! Alter! Nein! Das war deine Schuld! Och, Mann! Oh mein Gott! Wir rollen überall Bowling-Bälle runter, ne? Ja! Sooo... Dass du selber ein Bowling-Ball bist. Digga, es dauert so lange hier. Und Checkpoint... Terino... Guck mal, das ist nicht eklig, es dauert einfach nur lang. Von daher, es wird nichts bringen, wenn du trollst. Ja, ich weiß. Hast du recht. Hast du recht. Der ist doch zu Fuß. Wieso kommt man zu Fuß? Warum? Bro, was willst du? Wieso? Ich bin ja nulungswo. Na klar! Nein! Hey, wo bist du? Ach! Nein! Ja! Wen willst du troll? Ey! Eieiei! Eieiei! Da geh ich mir den Krone als Troll-Meister! Ja? Okay, gut. Da fahr' ich aber mit Bravour! Nein! Nein! Das kann doch nicht sein, Alter! Oh, T-Boi! 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 Ja, gewonnen, Leute. Das war es auf jeden Fall gewesen, Freunde. Echt knapp am Ende. Checkt auf jeden Fall hier dieses Video aus. Einfach gerne raufklicken, Freunde. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.